Alter, die Granate kam mir mal richtig gut, aber warum hat es der eine überlebt? Das war die beste Granate meines Lebens. Ich bin Hitsch, ich bin Hitsch. Ich bin Hitsch, ich bin Hitsch. Ich bin Hitsch, ich bin Hitsch. So viel Zeit muss sein, um die Sportsfreunde zu looten. Na dann, herzlich willkommen zu Runde Nummer 2. Gehen wir gleich hier rein. Ähm, hier gab es doch auch eine Treppe ins Goshan. Oder irgendeine Rolltreppe, muss ich irgendwo sagen. Was habe ich hier für einen Feuermodus drin? Singlefire, okay. Wann waren das da hinten wieder PMCs, die mich wegrassiert haben? Wenn du schon mal geiles Zeug hast, aber die lassen dich nicht oder sehr ungern damit rauskommen, habe ich so das Gefühl. Naja gut, war auch blöd von mir. Ich dachte, es waren Scabs und bin reingepusht. Stellte sich raus. Ja, es waren doch keiner. Ja, das ist was willst du machen. Mann, es gab doch immer mal hier eine scheiß Rolltreppe hoch. Und das Ekel hat mit Poli. Alter, was seid ihr noch zu retten? Alter, was seid ihr noch zu retten? und erfht! Ein Sportsgarant hat zerrissen. Die Arschlöcher sitzen auf meinen Dokumenten. Die Dokumente der Dokumente. Ich weiß nicht, was die zum Mittag fressen, Alter. PS-Munition, Alter. Und die verdauen die einfach so. Das macht auch kein Scaffi, oder? Das war's. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Ey, ich wäre mit meinen Granaten ja immer noch richtig gut hier, habe ich irgendwie so den Eindruck. Vorhin schon die zwei Skeps da unten. Die war schon gut geworfen und jetzt, die war ja auch richtig schön geworfen, Alter. Da muss ich mich selber mal loben und mir auf die Schulter klopfen. Ihr kennt mich, ich bin sonst mit Granaten eher der Typ, der sich selbst in die Luft sprengt. Oder im besten Fall, die einfach wegwirft und nichts damit anrichtet. Hier haben wir gleich mal zwei Leute weggepompt. Oh mein Gott. Was ist denn? Die wollen mich hier nicht looten lassen. Aua! Bist du noch zu retten? Alter! Ich geh erstmal dahin das Ding holen. Warum die Scheiße jetzt? Was soll hier irgendwo gewesen sein? Was soll hier irgendwo gewesen sein? Was soll ich reparieren? Was soll ich reparieren? Ich weiß auch gar nicht. Ich habe eigentlich die Massage voll. Ich muss da mal aufräumen und verkaufen. Was soll das denn aus? Einfach mal raushauen den Scheiß. Ich habe so viel Zeug da drin. Oh, da kommt der Nächste angetrampelt. Oh, da kommt der Nächste angetrampelt. Oh, da kommt der Nächste angetrampelt. Was haben die mir denn da auseinander gebaut, die Arschlöcher? Wer ist es denn zu fassen? Ich knall ihn ab. Die looten oder was? Wie ist es denn? Was? 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 Das war's für heute. 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 Mann, was ist das? Das war's für heute. Was zu essen? Was zu essen? Okay, was zu essen. Was zu essen. Was zu essen? Das war's für heute. Oh. 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 Okay. Doch. Das ist nur einer dieser jammerlichen Hunde. Ja, dann mache ich mich jetzt aus dem Staub und komme dann halt nochmal rein und markiere die LKWs. Alle Beine schaffe ich jetzt sowieso nicht mehr. Der LKW ist abgefahren. 1, 2, 3, U6. 90 gab's. Die Tusch. 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 Die Tusch.